einen wunderschönen guten morgen möchte ich sagen ja möchte ich auch sagen guten morgen aus Gersfeld in der Rhön heute haben wir gedacht wir machen es mal wie Bettina und Murat hallo und es ist der erste Mai und wir gehen ein bisschen wandern ja wir haben uns jetzt eine Strecke rausgesucht mit zehn Kilometer Strecke ich denke dass das mal okay wir müssen ja erst mal anfangen genau wir sind hier im roten Moor und ja ich war hier schon mal als Kind und ich nicht es war sehr schön also so wie ich in Erinnerung habe es ist aber frischer als wir gedacht haben also wir sind bei besserem Wetter losgefahren ich bin jetzt noch mal Till hatte Gott sei Dank noch ein Jäckchen ich war ein bisschen dünn angezogen wir werden es recht frisch aber wir sind ja auch jetzt am Laufen richtig also starten wir unsere Runde wir haben es quasi fast geschafft nein haben wir nicht wir haben gerade mal den Aussichtspunkt hinter uns aber es ist echt schön also das Wetter wird jetzt auch schöner ja die Sonne kommt raus reißt jetzt auf die Sonne kommt aber eigentlich ist das Wetter ganz optimal zum Laufen spritzelt eigentlich das Hirn weg und so langsam wird es auch einsamer hier auf unserem Weg ebenso am Anfang war es noch ziemlich voll und hier kommt nur vereinzelt jemand uns mal entgegen das heißt wir sind ganz allein allein uns mal ein bisschen je länger wir laufen desto schöner wird es hier also klasse schön in der natur ja die sonne scheint die wiesen blühen die vögel zwitschern schmetterlinge fliegen schmetterlinge schmettern ja wir müssen es öfters machen auf jeden fall schön macht spaß weiter so 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 wir haben uns auf einen hochsitz begeben der wind und sitzen jetzt so ein bisschen der im lüftchen angenehm jetzt gerade hier oben auf jeden fall ja wir mussten hier einfach mal hoch hat sich jetzt hier so angeboten ich mache hochsitze mag ich gerne verbindet mich irgendwie mit meiner jugend ich habe viel zeit in meiner jugend auf hochsitzen verbracht naja mit herzschmerz aber der ist glaube ich relativ neu ja der sieht noch neu aus na ja und naja also wir mussten jetzt gerade ein stückchen berg hoch das ist ja das war anstrengend ich weiß auch im letzten noch gehen auf keine kondition aber das schöne ist wir sind wirklich fast alleine also es kommen einem nur sehr wenig menschen entgegen am anfang da direkt da auf diesen planken weg im moor da war noch relativ viel los und jetzt ist eigentlich gar nichts mehr los ist cool ja wenn man hier so schaut ringsum keine menschenseele zu sehen nix das ist schön mir gefällt das ja wir haben hier auch gerade schon ein paar seemannslieder geschmettert oder wandern jetzt vielleicht mit grand prix songs weitermachen da bin ich auch das hört uns doch keiner kommen lassen wir werden sehen so Untertitelung. BR 2018 Jetzt laufen wir wieder durch den tiefsten Wald. Also die ganze Strecke ist irre abwechslungsreich. Von, ja, quasi nur durch Wiesen, dann Wiesen mit Steine, jetzt wieder Wald. Ist schon cool. So ein bisschen Hänsel- und Gretelwald hier. Ja, jetzt gerade im Moment auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. So dunkelgrün und nadeliger Boden. Schön zu laufen auch hier. Ja, aber wir sind gleich da. Wollte ich gerade sagen, wir sind, denke ich, gleich wieder an unserem Ausgangspunkt zurück. Dann haben wir, ja, gute zehn Kilometer. Und nur zehn Kilometer hinter uns. Wir laufen. Wir sind so gut. Wow. Na gut, wir melden uns, wenn wir angekommen sind. Musik Wir haben es geschafft. Zehn Kilometer. Wir haben uns nur einmal kurz verlaufen. Ja, aber nur, weil da kein Schild war. Da war kein Schild, stimmt. Es war ein bisschen missverständlich irgendwie, wo wir lang mussten. Aber naja, wir haben es dann wieder gefunden. Genau. Ein paar hundert Meter falsch gelaufen und dann, ja. Also, ich muss jetzt sagen, es war im Grunde genommen meine erste Wanderung so, außer was man so früher in der Schule gemacht hat. Aber ich fand es cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, machen wir, glaube ich, öfter. Ja, denke ich auch. Gut, das soll es von uns gewesen sein, hier vom Roten Moor. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Tschau. Gleich wieder. Oh, ein Brötchen. Komm schon, Sonne. Es ist schwierig, ein Bild zu finden.